Ach, Schwanzschlag gedreht bringt nichts, wenn jemand auf deinem Schwanz sitzt. Gut zu wissen, Kiburi. Also, wo war ich? Ach ja, Schwanzschlag gedreht. Meins wird mal so? Beeindruckend. Ich nenne das den gedrehten Rüsselschlag gedreht. Sehr beeindruckend. Aber trotzdem bist du noch kein Krokodil. Runter von mir! Und jetzt, raus aus meiner Wasserstelle! Alle aus dem Schattenland neu formieren! Wir verlassen die Wasserstelle! Alle da oben rauf! Okay, jetzt haben wir sie! Ihr aus dem Schattenland legt euch nicht mit dem geweihten Land an! Denn wenn ihr euch mit dem geweihten Land anlegt, legt ihr euch mit jedem von uns an! Ganz genau! Tja, was soll ich sagen? Ihr habt unsere Wasserstelle gerettet. Und meinen Clan. Du könntest Danke sagen. Danke. Gern geschehen! Schön, dass du auf unserer Seite bist! Dasselbe hättest du doch auch für uns getan. Ab jetzt tue ich das auch. Wenn jemand im geweihten Land Ärger bekommt, dann sind wir da. Wirklich? Ja. Wird ein Bewohner im geweihten Land bedroht, dann werden alle Bewohner im geweihten Land bedroht. Ja. Und wenn wir zusammenhalten, können wir alle das geweihte Land schützen. Was der Feind auch über uns meint, wir alle hier sind vereint! Ja. Ja.